hi hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem kanal wir haben uns also ich und meine beste freundin haben uns ein kanal gemeinsam erstellt und dort werden wir videos machen wir blenden euch jetzt mal ein wie wir dort heißen also ich zeige euch jetzt meinen screenshot und es würde uns echt freuen wenn ihr uns dort abonniert und also muss nicht sein aber ihr könnt und ja also dann machen wir sehr viel wir werden da sehr viele videos machen und ja wir lernen schon mal das erste video hoch damit ihr uns finden könnt und ja bis dahin tschüss oder willst du noch was sagen ja ich sage euch mal warum ich nicht mehr hochlade also ja also ihr kanal heißt da gasha darkness deswegen heißt der kanal labi steckt schleichlauf und gasha darkness genau und sag jetzt mein kein master geht nicht mehr irgendwie ja also sie hat irgendwie probleme mit ihrem kein master und will kein master nicht löschen weil da ihre videos und so sind die sie gemacht hat und ja so bei ihr ist es ein bisschen problematisch willst du noch was sagen ja ich werde dann es deinstallieren und wieder hochladen ich dachte willst du es nicht deinstallieren weil da so ja aber ich muss halt sonst kann ich ja nichts neues machen ja also schaut bei ihr vorbei sie will sie würde gerne 40 abos bekommen oder ja aber 30 wäre auch gut aber ja 30 30 jahren werden wir mal weiter gehen ja ja das war es jetzt mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen naja muss nicht weil es war ja nur ein informationsvideo und ja bis dann tschüss